Ich komme aus der Wirtschaft und ich sehe die Strategien. Ich bin ja irgendwie nicht blöd, ich war in Konzernen tätig und so weiter. Was die machen hier, ist wie eine Konzernpolitik, nur halt doch global, voll pervers. Und kein Konzern der Welt, wo ich war, war gesund und alles irgendwie so ganz eigenartige Konstrukte, die irgendwie wesensfremd waren, menschenfremd waren und irgendwie nur Performance, Performance, Performance. Das heißt, mir war schon klar, dass auch diese Konzerne irgendwie keine guten Wurzeln haben. Wenn man sich anschaut, McDonalds, Coca-Cola, die ganzen Konsumgüter, Industrien, was die produzieren, ja nur Gift, ne? Ein unterschiedliches Zeug. Nur Dreck, Entschuldigung. Ja, ich finde, du hast schon sehr, sehr viel Wunderbares gesagt. Du hast an einem deiner Videos diesen Punkt gesagt, dass jetzt die Zeit ist, in der wir schauen können, was will wirklich aus unserem Herzen heraus leben und was will aber auch das Leben von uns, was wir leben, was wir herausbringen können. Wie war das bei dir? Du hast gerade angesprochen, du warst in großen Konzernen, hast da gearbeitet. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, dass irgendwas stimmt hier nicht und ich gehe jetzt hier raus? Du bist ja schon auch sehr lange jetzt in deiner neuen Positionierung als Astrologe und Coach tätig. Ich glaube, wie viele Jahre machst du das schon? Wann war das bei dir? Wann war dieser Wechsel? Das war seit der Wirtschaftsuniversität eigentlich schon. Ich war dort auch schon sehr unglücklich und ich habe dann eine Masterthesis, eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Ökobilanzen. Da habe ich mich beschäftigt eben mit so Themen ZW02 und das war schon ein Thema damals und das war für mich das Thema Umweltmanagement irgendwie der Bereich, der mich motiviert hatte, die Uni zu absolvieren, fertig zu machen, weil sonst hätte ich das nicht irgendwie fertig gemacht. Ich hätte andere Sachen gemacht, die Fotografie und so weiter. Was mir am Herzen gelegen wäre oder Psychologie. Jedenfalls habe ich es gemacht aus irgendwie auch anderen Gründen. Jedenfalls habe ich dann durch das Thema Umweltmanagement eine Perspektive gesehen, da draußen sinnvoll stattzufinden mit Ökobilanzen, wo man irgendwie darstellen kann die Wertschöpfung und damit die Emissionsverursachung, die Emission, Transmission, Emission und von der Wertschöpfung zur Schadwirkung und auch da Modelle gerechnet und so weiter an der Uni und habe da dann auch weitergearbeitet und habe da an der Uni sehr viele Veranstaltungen organisiert. Ich war damals in einem Zentrum an der Uni beschäftigt auch während dem Studium und habe Podiumsdiskussionen veranstaltet und das war damals schon irgendwie mit Umwelt mir ein Riesenanliegen und da gab es den Club of Rome damals schon und das was die geschrieben haben war schon zu Beginn dieser Angstnummer und da hat man gesagt, wie kommen die auf das? Alles renommierte Professoren von irgendwo ich habe mir immer gedacht das ist nicht schlüssig ich habe dann recherchiert in der Literatur habe das ausgegraben dann worauf die sich beziehen und habe dann gefunden das ist alles irgendwie nicht stimmig und habe dann meine Doktorarbeit begonnen an der Uni nach der Uni um eben so das Ökobilanzen auch mit diesem Thema CO2 irgendwie zu behandeln und hatte eben eine andere These meine These war das ganze Klima CO2 zeugt auch von dem Club of Rome ist irgendwie der Harz was das ist nicht irgendwie anthropogen es gibt ja größere größere Effekte in der Geschichte wo bei Eisbohrungen gemessen wurde dass in gewissen Schichten und das geht rein bis ins Mittelalter eine viel höhere CO2 Ballung war oder Gehalt war in der Atmosphäre abgesehen davon von der Frage ist CO2 schädlich warum ist es schädlich mit Pflanzen, Wachstum und so weiter naja ich hatte eben diese These nur mein Professor hatte eine andere These und damit war klar die Dissertation kann ich abgeben und da war schon klar ich gehe in die Wirtschaft als Umweltschutz oder Umweltberater Umweltmanagerberater und habe damals gemacht so Öko-Bilanzen für Unternehmen und Audits Öko-Audits und habe gesehen dass das was die machen für ihr Audit irgendwie Betrug ist die machen gar nichts die machen da eine Show damit sie irgendwelchen Normen gerecht werden aber in der konkreten Umsetzung passiert ja nichts 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 und dann bekommen sie ein Öko-Label Wurf das ist doch irgendwie alles Betrug also muss ich ja das System verstehen lernen um das System von innen heraus zu verändern also muss ich rausgehen aus der Beratung reingehen in die Wirtschaft und das habe ich getan und habe dort gesehen wie es läuft und dann bin ich halt etwas verspätet heraus weil ich das spannend gefunden habe und war dann zum Schluss quasi Finanzvorstand Geschäftsführer von unterschiedlichen Firmen Konzernen und so weiter und habe gesehen was da eigentlich läuft und dann irgendwann war klar vor 10 Jahren 15 Jahren schon da habe ich dann schon vor 20 Jahren mit Astrologie begonnen und systemische Beratung Aufstellungsarbeit und habe ein Doppelleben gelebt meine ganze Freizeit diese Dinge und am Tag war ich halt der da draußen versucht hat Firmen zu bekehren und zu verändern und zu lenken und so weiter war auch eine tolle Zeit und dann bin ich vor ziemlich genau 10 Jahren und dann habe ich gesagt so tschüss das ist der Punkt erreicht wo ich nicht mehr kann mein Problem war eben ich hatte nicht daran geglaubt dass mit Astrologie und diesem ganzen Zeug die mich eigentlich interessieren viel mehr interessieren dass man davon leben kann das war aber auch in meinem Kopf nicht integrierbar auch in der Ausbildung haben die gesagt mit Astrologie kannst du nur mit Nebenjob überleben aber nicht so wirklich es hat sich jetzt gezeigt dass es ein Irrtum war ich kann sehr gut davon leben und war aber nicht das Thema dass ich jetzt viel Geld verdiene damit es geht nicht um Geld es geht immer um diese Essenz zu wahrzunehmen die Wahrheit in sich zu finden und seinen Weg zu gehen und dann sagen so jetzt mache ich es und das war nicht einfach um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen besuche einfach diese Website funfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung zu helfen Verbind den Link die die das 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 Vielen Dank.